So, jetzt habe ich hier dieses Stück hier so viel daraus geschnitten. So, wenn man dann so viel rausschneidet, dann klappt es auch, dass die Gummis dann anschließend gerade hängen. Also jetzt bin ich echt zufrieden. Und hinten, hinten habe ich geguckt, es ist genau das gleiche. Jetzt hängen die ganzen Gummis gerade. Da war einfach hier an der Stelle, hat eine Fehlmontage halt stattgefunden. Da hat man keinen Bock gehabt. Also eigentlich hätte man das Teil hier aufbiegen müssen und drüber schieben müssen. Das habe ich jetzt hier unten aber nicht geschafft. Also das muss man am ausgebauten Teil halt machen. Und vielleicht war es auch das falsche Teil gewesen, wo es einfach dieses aufgebürtelte, keine Ahnung, nicht da war. Ja, aber so ist es jetzt so völlig in Ordnung. Jetzt bin ich echt zufrieden mit.